Servus Leute! Ja, das Jahr 2018, wie ihr vielleicht hier hört, meine Nachbarn böllern schon, geht zu Ende. Und ja, das letzte Buch, das ich im Jahr 2018 gelesen habe, ist Unlike von Goldfischen und anderen Weihnachtskeksen von C.M. Spöri, ja, Corinne Spöri aus der Schweiz. Und ja, das Buch ist im Sternensand Verlag erschienen. Und vielleicht wisst ihr, die Corinne Spöri ist die Chefin vom Sternensand Verlag. Ich lese euch mal hier den Klappentext vor. Evan hat in seinem Leben schon viel Mist gebaut. Doch seit fünf Jahren ist es ihm gelungen, nicht mehr auf die schiefe Bahn zu geraten. Er wohnt in New York, hat einen Job, eine Wohnung, keine nervigen Freunde. Alles wäre eigentlich soweit in Ordnung, abgesehen von der bescheuerten Weihnachtszeit, die gerade in vollem Gange ist. Und ausgerechnet jetzt mischt sich auch noch der schwule Nachbar in sein Leben ein. Diese kann nicht mehr mit ansehen, wie Evan sich abkapselt und plant deswegen über eine Single-Plattform ein Date für ihn. Sarah, eine Londoner Studentin, wird für eine ganze Woche anreisen. Allerdings in der falschen Annahme, dass sie mit Evan gechattet hat und er sich auf ihren Besuch ebenso freut wie sie. Als wäre das nicht schon verheerend genug, ist Sarah auch noch das komplette Gegenteil von ihm. Sie liebt Weihnachten und kommt einzig und allein nach New York, um hier den romantischsten Urlaub ihres Lebens zu verbringen. Zusammen mit Evan. Ja, wie ihr schon hört, Evan ist ein bisschen ein Problemfall. Der ist ein bisschen so ein Grinch. Er hasst die Weihnachtszeit und es hat sich die letzten Jahre etwas zurückgezogen. Er hat einen schweren Schicksalsschlag erlebt und danach ist er ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. War auch mal für eine Zeit lang kurz im Gefängnis und hat sich aber jetzt die letzten, glaube ich, fünf Jahre aus dem Ganzen wieder aufgerappelt und ist seinem wieder sauber und hat einen Job. Ja, und plötzlich tritt Sarah in sein Leben und krempelt das innerhalb kürzester Zeit kräftig durch. Das ist, das rumpelt und erschüttert sein ganzes Leben bis ins Mark. Denn eben, ja, Sarah ist ein Sonnenschein und freut sich auf einen Traumurlaub in New York. Und sie ist eben so ein richtiger Weihnachtsromantiker und in absoluter Weihnachtshochstimmung. Ja, das passt natürlich zu der jetzigen Zeit für eine Geschichte, für ein Buch jetzt um Weihnachten. Aber ich glaube, das ist so ein Buch, das hat zwar so ein kleines bisschen das Weihnachtsthema dabei, aber, ja, so krass, ja, ist es dann doch nicht das Thema und deswegen, glaube ich, kannst du das Buch auch, ja, vielleicht nicht gerade im Hochsommer, aber sonst eigentlich das ganze Jahr über lesen. Ja, es ist aus dem Genre New Adult, ja, so eine, ja, natürlich in diesem Genre New Adult ist natürlich eben eine Liebesgeschichte enthalten und die ist ziemlich cool, ja, richtig, richtig schön. Ja, da kommen auch ein paar, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber, ja, also das ist schon ganz gut, dass man so das New Adult so ab 17 rechnet, sonst, ja, für Jüngere ist es, glaube ich, eher weniger. Da ist es ein bisschen zu hot. Tja, also ich, ich habe mich in Frankfurt auf der Buchmesse in den Klappentext verguckt. Das ist nämlich genau dieses Buch, das ich so, ja, wegen dem Cover erst mal in die Hand genommen habe und eben wegen der Weihnachtsmütze und dem süßen Mädel da drauf und ich dachte mir, was ist das denn? Ja, und dann habe ich so den Klappentext durchgelesen von... Und dann ist mir so richtig das Grinsen, ja, ins Gesicht gestiegen, weil ich den Klappentext so interessant fand und, ja, jetzt, nachdem ich das gelesen habe, hat sich das tatsächlich bewahrheitet, denn, das ist schon auch, irgendwo auch recht, recht lustig, also, wenn du das so nacheinander liest, da ist schon so ein Witz drin dabei. Vor allem, es ist abwechselnd aus Evans und Sarahs Sicht geschrieben, von Kapitel zu Kapitel und diese Kapitelübergänge, die sind jedes Mal immer irgendwie zum Tod lachen, denn da ist so die Situation, in der Evans so den Grinch raus hängt, so von wegen, boah, das wird die schlimmste Vorweihnachtszeit meines Lebens und dann im nächsten Satz, der Anfang des nächsten Kapitels ist eben Sarah wieder dran und dann, ach, das wird die tollste Vorweihnachtszeit in meinem Leben, so ungefähr, und das, je nach Situation, ist das immer irgendwie total cool gemacht, also, richtig geil. Mir hat's super gefallen und ich bin ja, ja nicht so wirklich der New Order lese, ich lese das eher selten bis gar nicht, mir hat aber der Klappentext, wie gesagt, so gut gefallen, dass ich das unbedingt lesen wollte. Ja, das ist jetzt auch das erste Buch, das ich von der Autorin von Corinne Sperry lese und ich muss sagen, der Schreibstil hat mir wahnsinnig gut gefallen, der ist supergut, also, ich hab nicht, ich bin, wie ihr vielleicht wisst, oftmals vielleicht sogar, ein überkritischer Leser, so im, im, im Aufbau, ich, ich kann's gar nicht ab, wenn, wenn, wenn sich so, Fehler einschleichen oder wenn ich so, äh, Unstimmigkeiten in der Geschichte bemerke, und da war, das war sowas von super und, und, und stimmig und, und hat geflutscht, die ganze Story und alles hat so richtig schön, ähm, war, war, im Fluss, so richtig, richtig toll, ähm, äh, ich muss, muss ehrlich sagen, ganz, 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 äh, tolle Geschichte, ganz coole, vielschichtige Charaktere, äh, die, die Protagonisten, äh, eigentlich heißt der Protagonist, ist der Hauptcharakter, aber, du hast hier nun mal zwei Hauptcharakter, einen weiblichen und einen männlichen, ähm, und die waren beide so cool, äh, äh, vielschichtig ausgearbeitet, äh, und liebenswert auch irgendwie, auch wenn Evan so ein Grinch und eigentlich so ein bisschen so ein Arschloch mäßig rüberkommt, aber, ja, äh, die Menschen sind halt vielschichtiger, als sie im ersten Moment scheinen und das ist hier richtig, richtig schön rausgekommen, ähm, ich glaube wirklich, gerade, weil ich jetzt ein, ja, 42-jähriger alter Sack bin und eben männlich, äh, ich bin eben nicht so dieses, äh, ja, äh, die Zielgruppe, wie man es so schön sagt, ne, ähm, aber, ja, eben gerade, weil ich eigentlich nicht, nicht, äh, die Zielgruppe bin und mir es ja äh, trotzdem wirklich wirklich sehr gut gefallen hat, äh, bin ich der Meinung, dass, äh, ja, dass das, das Buch, der Zielgruppe wirklich sehr gut gefallen müsste. Ähm, ich, äh, muss, äh, 14 Punkte geben, äh, weil, äh, das einfach wirklich super gut ist, ähm, und, ähm, die, äh, ja, ähm, die, die, die 15 Punkte, ähm, gebe ich jetzt mal nicht, weil, äh, 15 Punkte sind eben 15 Punkte, wisst ihr, 15 Punkte ist, boah, äh, äh, ja, so wie zum Beispiel Elaine, dass ich, äh, meine letzte Rezension, da war ich so richtig aus, aus den Socken, deswegen, äh, ich bin jetzt hier auch schon, äh, ne, aus die Schuhe, aber noch nicht eben aus den Socken, ähm, aber es war eben hammergut, ne, das sind so diese, man muss eben, äh, ne, noch dieser kleine Tick nach oben, aber, hey, 14 Punkte sind für andere 5 Sterne, aber ich will es eben, ein bisschen, noch, noch, ein kleines bisschen differenzierter, äh, ja, äh, für mich, ein richtig sensationell, äh, guter, wundervoller, äh, Abschluss für das Jahr 2018, ähm, ja, ich, äh, wünsche euch, äh, hiermit ein frohes neues Jahr 2019, und, äh, hoff, ihr kommt alle, ähm, ja, recht oft, äh, zum Leben. und findet eben Zeit und Muße dazu. Ja, gutes neues Jahr. Ciao. Hey, Jahreswechsel, ne, kommt erst noch. Alter. What the fuck? Danke.